So viel zum Mut der Marktteilnehmer. Sie sind nicht ganz so mutig, wie man sich das vorstellt. Ihr seht das, dass der Markt offensichtlich noch nicht nach oben will. Aber man muss auch dazu sagen, insgesamt ist das, was wir beim DAX haben, zwar nicht oder im Nahkampf nicht super ermutigend, denn Bewegungen dieser Art sind nicht das, was wir uns vorstellen. Also solche Abwärtsbewegungen, wenn es darum geht, oh, kann ich da nicht long gehen. Gut, getriggert hat er nichts. Er hat auch nach diesem Aufwärts-Gap, das ist ja durchaus eine typische schnelle Bewegung hier beim DAX-Index, deshalb hier als Gap wackelig runter, wäre definitiv ein Kaufsignal gewesen, aber er macht es halt nicht, der Jogi hier. Wir sehen, dass die Marktteilnehmer offensichtlich noch nicht so richtig glücklich sind mit der Situation. Insgesamt kann man allerdings sagen, dass die Abwärtsbewegung, die aktuell vorherrscht, das war das letzte Hoch, das ist dieses hier, bis zum aktuellen Tief oder dem aktuellen Kurs, ganz klar Abwärtsbewegung, aber dass dieses eben ganz klar korrektiv ist. Warum korrektiv? Weil die Gegenbewegungen doch immer wieder überschneidend sind. Das ist nicht ein gutes Zeichen, wenn es die starke Richtung sein soll. Ich bin also eigentlich immer noch ganz guten Mutes, dass der Kurs eigentlich noch mal eine Chance nach oben bräuchte. Allerdings muss man sich die Frage stellen, diese Überschneidung, diese Korrektur ist ein bisschen größer als die hier. Ich würde mich nicht mal wundern, ich hau jetzt meinen Nagel in die Wand, dass wir hier eine 1, 2, 3 haben. Hier eine große Korrektur, hier hinten nochmal so eine 1, 2, 3. Das ist ein ganz typisches Bild. Double Zigzag sagt man dazu, wundern würde mich das Ganze ehrlich gesagt nicht, wenn das passiert. Das wäre insgesamt aber korrektiv und damit immer noch nicht die Hauptrandrichtung, also doch noch mal runter. Es sieht also verzwackt aus aktuell und die Aufwärtsrichtung alles andere als attraktiv. Für uns kurzfristigere Trader beispielsweise ist sowas aber trotzdem gar nicht so schlimm, denn diese Bewegung ist ja jetzt nur ein Schub nach unten. Wackerlich nach oben würde sowieso einen vorläufigen Short Trigger uns bieten für nochmal eine Fortsetzung nach unten. Also von wegen, das passiert hier. Das ist ja etwas, was viele häufig kritisieren an der Charttechnik. Äh, ihr glaubt doch nicht, dass ihr da ablesen könnt, was in der Zukunft passiert. Nein, glauben wir nicht. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nur, wie wir darauf reagieren können. Und das ist etwas, was die Charts uns, sagen wir mal, nahe legen. Also nicht so sehr der Blick in die Zukunft, nicht die Gewissheit, was als nächstes passiert, sondern die Gewissheit, dass das, was wir daraufhin tun, einigermaßen sinnvoll ist. Und ihr seht an dem einigermaßen Wort, es geht nicht darum, dass wir deshalb immer wissen, was richtig ist oder was als sinnvollstes ist. Aber vorrangig eben können wir dann auf der vorläufig wohl besseren Seite uns positionieren. Das geht im Kleinen wie im Großen. Im Großen ist es einfach aktuell ein physisch Stillhaltenmarkt. Wir sind ja immer noch in der Seitwärtsrange. Getriggert ist da nichts. Insofern abwarten. Kurzfristig, wie gesagt, sowas hier könnte Spaß machen. Vor dem Wochenende allerdings ist es vielleicht sinnvoller, jetzt dann doch eher die Amerikaner nochmal anzugucken. Und da hatten wir ja uns den Dow Jones angeguckt. Und der Dow Jones war hoffnungsvoll, kann man fast sagen, gestartet. Hier die Bewegung nach oben. Bis dahin, da seht ihr, das ist so ein Klassiker. Hier dieser Schub nach oben, wo ich sage, Mensch, das ist so etwas, was ich mir super vorstellen kann. Und anschließend muss er wackelig nach unten kommen, um uns dann nochmal eine Aufwärtsrichtung zu geben. Das hier, haben wir gesagt, ist mir ein bisschen weniger ausgeprägt. Hatte ich gestern schon erklärt, warum das der Fall ist. Man konnte das machen, dann hatte man ja eine Chance. Wenn es wackelig runterkommt, alles safe. Nur wenn es steil runtergeht, muss man die Position halt irgendwann schließen. Denn das ist es offensichtlich nicht mehr. Vielleicht konnte man auf dem Einstieg nachziehen. Vielleicht hat man auch ein bisschen Minus gemacht. Ihr seht daran, ihr könnt nicht mit dieser Variante verhindern, dass ihr Minus macht. Aber hey, das Risiko, was man dann vielleicht eingegangen ist noch, wenn man ein bisschen nachziehen konnte. Wie gesagt, man konnte vielleicht sogar auf dem Einstieg nachziehen. Aber wäre jetzt, wenn das für uns ein relevanter Einstieg gewesen wäre, wahrscheinlich auch nicht gewesen. Dann wären wir hier irgendwo ausgestoppt hier oder wahrscheinlich hier auf irgendwo halber Strecke ein bisschen nachgezogen. Denn der Kurs ist ja schon tapfer unterwegs nach oben. Und ihr seht, wenn man das hier nur als eine Variante mit dem Supertrend hier mal annimmt, das ist etwas, was wir ganz gerne machen, dann ist man dann hier auch schon verjüngt raus. Hat also nicht mal ein ganzes Risiko hier gehabt, sondern konnte eben sagen, okay, wenn es gelaufen wäre, hätte ich viel Geld verdient. Wenn es nicht läuft, riskiere ich wenig und davon auch nur die Hälfte, weil wir ja schon nachziehen können. Also das immer noch mal so als Hintergedanke. Bitte glaubt nicht, dass ihr jeden Trade positiv macht. Das ist nicht die Aufgabe eines Händlers. Das wäre schön, aber wenn ihr das könnt, dann könnt ihr auch über Wasser laufen. Und das ist wahrscheinlich nicht das, was so typisch ist im Markt. Aber bleiben wir mal ernst. Die Aufwärtsbewegung hier war gut. Wir hätten hier was ABC-mäßiges gebraucht, was zu triggern, um long zu gehen. Der Markt hat gesagt, nö, ihr könnt mich mal. Das machen wir jetzt mal tapfer nicht. Ihr seht also, steil hoch, steil runter. Die nächste Kiste, die ansteht, ist, wenn wir irgendwie wieder was Schwaches kriegen. Steigende Tiefs, steigende Hochs kann helfen. Wobei, hier haben wir noch den da. Also das ist so ein bisschen fraglich gewesen, ob das wirklich sinnvoll umsetzbar ist jetzt hier an der Stelle als ein Short Trigger. Trotzdem, wenn wir hier so eine Situation wieder haben, scharfe Bewegungen runter. Ihr seht, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das bullische Bild ist noch nicht endgültig da. Wir haben nach wie vor die Chance, dass wir nochmal etwas tiefer gehen und unter Umständen nochmal die 33.000 sehen. Die haben wir ja immer noch hier an. Die ungefähr als eine Tiefmarke, kann auch ein bisschen höher sein. 33.200, 300, irgendwie sowas in der Richtung wäre jetzt auch kein Drama, wenn er das sieht. Auch nicht aus bullischer Sicht für die Übergeordneten. Und die kürzerfristigen, die sollten sich an solchen Sachen orientieren, wenn sie dann zu sehen sind. Wenn sie nicht zu sehen sind, muss man halt abwarten. Gehen wir mal auf was ganz crazy kurzfristiges. Nur mal einfach für das Auge. Das ist jetzt Minutenchart. Das ist natürlich, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich schon längst Geschichte. Aber wenn ihr so einen Anstieg seht, das ist etwas, was wir Eyecatcher nennen. Wo wir sagen, das ist so der Blickfang, wenn ich das sehe. Man kann theoretisch sagen, immer dann, wenn man früher gesagt hätte, boah, jetzt habe ich das verpasst. Dann sagt er zukünftig nicht mehr, jetzt habe ich das verpasst, sondern boah, geil, habe ich gesehen. Jetzt brauchen wir eine ABC in die Richtung und haben eine sehr gute Erwartungshaltung, dass sich das fortsetzt, wenn er dann hier dieses Zwischenhoch nochmal triggert. Das heißt, hier bildet sich jetzt eine Chance, dass der Kurs nach oben kommt. Aber wie weit nach oben, das wird sich dann zeigen. Denn alles, was in diesem Bereich nur nach oben kommt, sofern es ABC hier hochkommt, bietet ein Trigger für sogar nochmal Short. Das würde das bullische Bild übergeordnet nicht kaputt machen. Das ist damit erstmal völlig außen vor. Also wir können auch locker nochmal hier runtergehen in diesem Bereich hier, um anschließend nach oben zu gehen. Wundern würde mich das ehrlich gesagt gar nicht. Dann hätten wir sowas wie einen starken Anstieg. Dann hätten wir eine ABC hier runter und dann geht es halt danach erst hoch. Das ist nichts Außergewöhnliches, das hatten wir hier ja auch, auch wenn das hier vielleicht ein bisschen komisch ist. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und nochmal Schub nach unten. Das ist hier auch korrektiv runter, korrektiv hoch, nochmal einmal nach unten als Abschluss. Und anschließend kann es ja weiterlaufen in die ursprüngliche Trendrichtung. Die war vorher schon aufwärts, nachher noch aufwärts. Also auch ein Rücksetzer Richtung 4.500 macht das bullische Bild nicht kaputt. Nur halt nicht so viel Spaß, wenn man gerade long ist möglicherweise. Trotz alledem, es ist nicht ein Killer für die Long-Argumentation. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das beißt sich ehrlich gesagt nicht. So, also das ist jetzt hier im sehr kurzfristigen Bereich. Ich habe es hier nochmal angedeutet. Machen wir mal wieder auf was Seriöses hier. 5, 15 Minuten, irgendwie sowas in der Richtung starke Abwärtsbewegung. Umgekehrt, wie gesagt, ich habe es eben angedeutet. Mit A, B, C hier hoch, nach diesem Schub nach unten. Würde uns eher auf die Short-Seite bringen, wenn er das Ganze hier triggert. Denkt immer an diesen Trigger. Denn es gibt die Möglichkeit, dass das passiert. Und dann ist wieder alles anders, als man gedacht hat. Und dann ist man dann irgendwann stinkig. Nee, muss man ja nicht. Denn wenn er das macht hier oben, dann gehe ich da ja auch nicht Short. Und leider auch nicht da drunter, unter dieser Geschichte. Also zusammengefasst kann man sagen, und da ist der Nasdaq auch nicht deutlich, anders, der Markt ist noch zerrissen. Wir sehen, dass die gute Laune sich noch nicht wirklich durchgesetzt hat, dass es noch nicht so ist, dass man sicher davon ausgehen kann, dass das jetzt hier in die eine oder in die andere Richtung führt. Das bullische Bild ist nach wie vor nicht kaputt, beim Nasdaq sowieso nicht. Da haben wir sowieso gesagt, also wenn wir ehrlich sind, diesen Rücksetzer hier, also das hier nochmal sehen in irgendeiner Form in der Quintessenz hier, würde uns nicht wundern und würde uns ja auch in diesem großen Bild auch nur dahin führen, wo eine Korrektur gerne geht. Nämlich, ach Gott, ich muss auch das so treffen. So, schnell loslassen. Besser wird es nicht. Also, dass wir irgendwo in diese Kiste reingehen. Es kann auch die Unterseite sein. Es muss auch nicht so tief sein. Es kann sein, dass es ein bisschen höher ist, als ich es hier gezeichnet habe, aber dass wir in etwa das, was vorne war, da hinten nochmal bekommen, so ganz grob, das ist eine Orientierungshilfe und wäre auch noch vollkommen im Rahmen. Aufgepasst also jetzt, ob wir wackelig hochkommen, dann können wir nochmal einmal zwischenschorten oder ob wir jetzt steil nach oben bekommen, dann gibt es zumindest mal für die Long-Einstiegler eine Chance, das Ganze nochmal ein bisschen im Feindtuning zu betreiben. Im längerfristigen Bild gibt es vorläufig erstmal nichts Neues zu berichten, die Aufwärtsbewegung ist grundsätzlich nach wie vor existent und erstmal nicht in Gefahr. Dafür müsste schon deutlich mehr passieren. Wenn wir unter die 15.200 gehen, 150, irgendwie sowas beim Future jetzt hier auf den Nasdaq, ja, dann sollte man sich fragen, was hat er denn noch vor? Ja, oder 15.000, wenn er die dann erreicht, da würde ich dann langsam sagen, jetzt ist auch Schluss mit lustig. Aber bis dahin ist das alles ganz normal. Wenn ihr sagt, das kann ich aussitzen, das ist für mich völlig in Ordnung, dann ist das eh safe. Wenn ihr sagt, das fände ich unattraktiv, wir müssen damit rechnen, dass es noch ein bisschen tiefer geht, dann müsstet ihr vorher gegebenenfalls euch rausstoppen und ein bisschen aktiver gegebenenfalls wieder reingehen in den Markt. Soweit das Update zu den Indizes. Spannende Situation aktuell. Ich freue mich auf nächste Woche. Das wird mit Sicherheit nochmal wieder ein heißes Thema. Eigentlich saisonal müsste der Kurs sehr realistische Chancen haben, nach oben zu gehen. Lassen wir uns mal überraschen. Wir bleiben am Ball. Bis dahin, euch alles Gute und liebe Grüße.